Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören. Wie nennt man das, wo man die Steaks einlegt, damit sie besser schmecken? Marinade. Maronade oder sowas. Ja, so ähnlich. Marinade. Ja, genau, ja. Was grillt ihr am liebsten? Bratwurst. So eine schöne Thüringer. Ja. Aus welchem Bundesland kommt die Thüringer? Bayern. Warum Bayern? Ich weiß nicht, ist mir gerade so eingefallen. Wie nennt man das, wo man die Steaks einlegt, damit sie besser schmecken? Äh, keine Ahnung, Röder oder so. Fängt mit M an. Ähm. Maronade. Was ist ein Laufsteak? Vom Bein irgendwie, vom Schwein oder so. Laufsteak. Vielleicht so ein fettarmes Steak oder sowas. Vor allem Models, die stehen auf so einem Laufsteak. Aber so hat halt weniger wahrscheinlich Kalorien oder fettarmes Steaks. Sind sie mir nicht böse? Ich hab keine Kälte gelernt, aber vom Laufsteak hab ich noch nie was gehört. Was ist Bandsalat? Bandsalat, das hört sich an wie Nudelsalat, nur mit Bannnudeln halt. Welches Dressing nehmen Sie zum Kabelsalat? Den normalen, äh, Essig, Öl, äh, Kräuter. Der FFH Dummfrager. Die neueste Folge immer dienstags in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH. Die neueste Folge immer dienstags in den Clip. Die neueste Folge immer dienstags in den Riff. Vielen Dank.